Acht, ich tue es noch so. Eins, zwei, drei, vier. Hm. Ich finde dann noch vier. Äußerst dubios. Aber es ist merkwürdig, da fehlen dann immer noch ein paar Lichtwurzeln. Aber wo sind die dann? Also irgendwie möchte ich mal handmäßig Ich brauche mal so ganz kurz zum Kochtopf. Ich brauche irgendwie Spurtmedizin, hier Spurtkarotten oder so. Dann noch, ne, nicht Ausdauerling, sondern Spurtling. Jawoll, Spurtdampfplätze Level 3, geil. Die pfeifen wir uns jetzt rein. So. Topspeed. Jetzt gibt es hier richtig ab, Alter. Jetzt gehen wir richtig Gas. Über Stock und Stein. Jetzt geben wir keine Fix mehr. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, wir müssen wirklich so einen super komplizierten Weg nach oben nehmen, indem wir hier eben diese Spirale so hoch rennen. Aber anders geht's gar nicht. Oh, schwarzer Hinox. Ich habe ja nie gegen den schwarzen Hinox gekämpft. Schauen wir nicht. Wir haben nie ein Foto gemacht von dem. Lol. Das ist im Prinzip nur eine stärkere Version. Sonst kann der doch auch nicht ganz viel. Immer schön auf dem Fuß. Oh, schade. Müssten wir leider amputieren. Ach, wie schade. Da sind wir leider beim Amputieren mit dem Messer abgerutscht. Naja, kann man nichts machen. Ja, aber hoffentlich versichert. Nicht dann. Nicht mein Problem. So, was ist denn das hier? Ja. 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 Was ist das? Das ist im Falle not bad. Marcuse-Mine. Immer rückwärts laufen. Mistvieh. Das ist hier irgendwie voll der komische lange Weg. Mistig. Wow. Man, ich brauche gar keinen Bock mit Knochen, weil damit wollen wir nicht. Ich glaube, das ist der letzte Weg zu einer Lichtwurzel, die man nur zu Fuß erreichen kann. Ach, schade. Mein Tempo ist es wieder. Hat aufgemacht. Zu wirken. Wenn der hier gleich angelatscht kommt, der kleine Stinker. Hm. Schnauze. Schnauze. Woops. Das war's für heute. ist denn der weg noch es würde überhaupt nicht mehr auf ganz ehrlich was jetzt kriegst du mir wirklich auf den sack einfach ab wie er nicht hören will muss fühlen die schmerzen in seinem gesicht der weg ist richtig der ist richtig weit sie einfach wie diese spirale so lang so kommen alle ja alle hopp und schwupps und hopp ja wo ist das hin dem fliegt immer das was du hier so nahe fliegt immer so weit weg so sind wir bald da wo ist die lichtwurzel sehr gut schön auf die schnauze so lange kann es nicht mehr dauern müsste doch jetzt gleich die lichtwurzel kommen in der nächsten ecke hoffentlich bitte dann kann ich nicht mehr ok dann will ich hier noch umso mehr hin wenn hier was geiles versteckt ist hier hinten aber der weg ist der weg ist halt richtig lang ist richtig weit der weg ich habe ich habe hier drüber angefangen als gehe ich hier so einmal so hier ist hier ist ich das ich 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 Also man merkt silberne Bockwinzeln ist auch nicht unbedingt intelligent, dass wir ihre anderen Arktgenossen. Der hat einfach Feuer gefangen, weil er hier zu nah an diese Fackel herangegangen ist. Aua! Skipp doch! Sooo. Sind wir mal da? Hat er einfach überholt. Autsch! Wie weit ist denn das noch? Wie weit ist das noch? Langsam wird's... Naja, ich will nicht sagen langweilig, aber... Oh nein, frisst du jetzt mal! Die Lichtwurzel ist ja noch nicht mal in Sicht. Ist das immer noch so ultra weit? Aber wenigstens nehmen wir hier super viel Sonarium. Ich will es richtig viel Sonarium. So... Mann ey! Oh, gut gemacht! Die Lobos-Power doch mal zu was gut! So, komm schon! Sind wir jetzt bitte mal da? Oder wie? Oh mein Gott! Das geht noch so richtig? So eine ganz... Das ist ganz enge! Naja doch, wenn ich das mit Tier vergleiche, dann haben wir es bald. Dann müsste es jetzt gleich so was sein, dass wir die Lichtwurzel sehen können. Schnauze! Klappe! Stirb! Sau! Sau! Jawoll! Jawoll! Das ist nun wirklich der längste Weg! So lange hat es ja noch nie gedauert. Krass! So lange hat es echt noch nie gedauert. Aber jetzt müssten wir fast da sein. Wenn ich das jetzt mit der Oberflächenkarte abgleiche, müsste das jetzt gleich um die Ecke sein. Um die nächste Kurve. Ah, da war die Fresser da vorne jetzt hier. Was soll denn das? Bam. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, haben wir bald die Batterien wirklich komplett voll. Oh, da vorne ist hier schon ein ganz großes Irrlicht. Jetzt gibt es... Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Leute. Also fast. Wenn jetzt die Gegner nicht auf die Nerven gehen, haben wir es gleich geschafft. Nein, Link, du sollst nicht deine Waffe werfen, du Depp. So wifft er manchmal einfach seine Weapon. Halt doch dein Maul jetzt, du Mistvieh. Unfassbar. So, warum kann man hier... Wieso kann man hier hoch? Sehr engartig. Boah, war das jetzt ein langer und anstrengender Weg. Guckt euch das mal an hier. Oh mein Gott, die... Wimimigmurze. Oh mein Gott, die Wimimigmurze. Endlich. Gefunden. Wow. Alter, war das ein langer Weg. Oh mein Gott. Das war anders krass. So. Wow, okay. Die direkt mal speichern. Oh mein Gott. Alter, das war zu krass. Das war einfach zu krass. Aber immerhin kriegst du hier wirklich sehr viel, sehr, sehr viel Sonoranum. auch groß ist. Nicht nur kleines. So, vielleicht noch eine Schatztruhe sogar. Das wäre auch irgendwie cool. Hätte ich jetzt aber irgendwie nicht gesehen. Was höre ich hier die ganze Zeit? Ist er das? Ach, da oben. Was ist denn da oben? Ist doch so ein kleines Drecksvieh. Machst du denn hier? Guckt euch den an. Wie der sich hier oben versteckt hat. Dieser kleine Stinker. Ich hab mir gedacht, was macht hier immer so ein komisches Geräusch? War das einfach dieser kleine Scheißer da? Dieser kleine Hosenscheißer. So. Also ich glaube, das ist die am schwierigsten, unständlichsten zu erreichende Lichtwurzel im Untergrund. Auf jeden Fall. Also das hat es ultra mega lang gedauert. Es hat richtig lang gedauert, hierher zu kommen. Weil du halt genauso wie ich hier oben bist du da bei dem Schrein bist. Und hier kannst du nicht mal von da drüben einfach so hin. Sind wir überall Felswände? Ist das krank? Alter, was war das für ein langer Weg? Was war das für ein langer Weg hierher? Holy shit. Oh, warte mal. Hier ist ja wirklich noch eine Trugel? Ich hätte jetzt fast übersehen. Ist ja doch noch was. Oh mein Gott. So, äh. Er kann jetzt glaube ich wieder mal sich verschüssen. So. Ja, das Schatten gemacht. Ich raste aus. Ich sehe hier gerade mal. Ich muss hier mal dunkel machen. Hier so. Endlich. Alter, das war die ganze Zeit hier. Der Held, der gegen Schatten kämpfte, soll es getragen haben. Wenn man es, was, wenn man etwas sucht, findet man noch Wolfshaare daran. Ja, natürlich. Ey, wie geil. Hier war das die ganze Zeit. Bro. Schattenmütze. Ey, es fehlt nur noch die Schattenhose. Wo ist die denn bitte? Ist wahrscheinlich auch noch so mega fies versteckt, hm? Alter. Oh my goodness. Gleich nochmal speichern. So. Ich glaube jetzt, ähm. Wo war nochmal diese ganzen Minen? Gut, da. Aber da ist so heiß. Ist die Zentralmine? Da. Oh mein Gott. Also das war wirklich. Und jetzt fehlen immer noch, es fehlen immer noch sieben Lichtwurzeln. Wieso noch sieben Stück? Wo sind noch sieben Lichtwurzeln? Wo ist das so viel Platz ist auf der Karte? Gar nicht mehr. Wo sollen die sein? Wo sollen denn das noch sein? So, Typi. Ich möchte erst mal alles kaufen, was du hast. Alles. Gesamter Vorrat. Yes, abgemacht. So, warte mal. Und hier war ich mir eigentlich zehn. Jetzt haben wir genau 500. So, mal schauen, wie viele Batterien sehe ich damit das eigentlich ausgeht. Es müssen ja fünf sein. Achso, warte mal. Dann kann ich aber auch gucken. Ne, das ist immer noch zu wenig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne. Wir brauchen 900. Ich brauche 900. Wenn ich das voll haben will. Das geht sich aber wahrscheinlich gar nicht aus. 900, Digi. 900. 100? Ahh ja. Hm. 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 Ja. Hm. Hm. Okay. Aber das sind aber immer nur 30 dann. Kader Schokolade. Da würde ich immer die Hebra Mine. Ich muss das jetzt mal alles kurz. Ich muss das mal alles kurz abklappern. Uff. Sind das die Lichter wie Spawner nach einer Zeit? Hier sind nur so viele. Ich glaube die respawnern irgendwann. Ich habe dich hier nicht vermischt. Es geht hier nicht. Ich bin zu ehren. Ich bin zu ehren. Ich bin zu ehren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020